Einen wunderschönen guten Tag, Lieben! Hier spricht wieder euer Chris von Team TradingWelt und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zu diesem etwas anderem Video, denn wir wollen aus der Helikopterperspektive hier mit der Handykamera einfach mal schauen, was hier in den letzten Tagen Fantastisches innerhalb der Trading Community passiert ist. Und dazu wollen wir einfach mal ein bisschen erstmal in die Vergangenheit schauen, und zwar am 25. August, also vor sieben Tagen, haben wir auf unserem Facebook Live Blog über den Euro-USD gesprochen und da haben wir einen Aufwärtsimpuls in Aussicht gestellt. Und wie der sich entwickelt hat, das schauen wir uns gleich gemeinsam einmal an. Und darüber hinaus haben wir auch über den USD-CAD gesprochen, und zwar sehen wir es hier nochmal in aller Deutlichkeit. Ich versuche es mal raufzukriegen. Hier hatten wir eine bevorzugte Variante, das war die Variante A, dass wir hier wahrscheinlich einen fallenden Kurs beobachten können, denn wir hatten hier eine ganz starke Trendkanalbegrenzung und unsere Vorfilter haben uns letztendlich verraten, dass wir hier vermutlich diesen Trend brechen würden und wir hier tatsächlich in Variante A dann einen weiteren Abverkauf erleben würden. Gleichzeitig hatten wir hier auch eine starke Preis-Action-Zone. Das war natürlich eine massive Unterstützungszone, die der Kurs hier hatte. Er kam dann auch immer wieder nach oben, aber letztendlich haben wir jetzt heute das gesehen, was wir sehen wollten. Und jetzt mache ich einfach mal das Ganze auf und bringe dunkel ins Licht. Hier sehen wir es. Heute kam der Falldown. Heute kam der ersehnte Breakout nach unten. Und es ist unfassbar, was hier passiert ist, denn ihr wart wirklich tatsächlich wieder von Anfang an mit dabei. Das haben wir am Anfang der Woche hier mit euch geteilt. Und wir können jetzt nochmal hier in diesen brachialen Abverkauf genauer reingucken. Hier oben perfekt erwischt. Wieder in dieser Range, die wir hier tatsächlich die ganze Zeit lang übersahen. Also wir waren hier wirklich in einer starken Seitwärtsbewegung. Und immer wieder im oberen Bereich haben wir versucht, den Trade letztendlich nach unten hin zu eröffnen. Und heute dann endlich mit dem ersehnten Erfolg. Denn wer uns auf Facebook verfolgt, der weiß, dass wir hier tatsächlich auch immer wieder ausgestoppt worden sind. Denn wir haben genau darauf ja letztendlich spekuliert. Das war unsere Strategie. Wir wollten den Breakout traden. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier stehen. Tatsächlich hat leider nur noch eine Position überlebt. Und das ist diese hier, die 6.800 Dollar, die wir hier im USD-Cut erfolgreich über die Ziehlinie gebracht haben. Aber viel schöner ist doch wirklich der Euro-USD. Der USD-Cut war relativ anstrengend zu handeln jetzt in den letzten Tagen. Aber schauen wir uns wirklich bitte nochmal den Euro-USD an. Ganz, ganz wichtig, was hier passiert ist. Das war wirklich einfach nur fantastisch. Hier war also die Ankündigung am 25. August. Und jetzt schauen wir mal, wo der Euro-USD jetzt steht. Und ihr seht es, wir haben hier wirklich unfassbar präzise diesen Ausbruch gehandelt. Und zwar aus dieser Wedge-Formation. Genau darüber haben wir gesprochen. Wir sehen hier also diese sinkenden Tiefpunkte. Und gleichzeitig hier oben diese fallenden Hochpunkte. Und dann zieht sich das Ganze hier unten so trichterförmig zusammen. Und irgendwann kommt dann der Fallout nach oben. Und das hat hier wunderbar geklappt. Gleichzeitig hatten wir hier unten auch einen starken Unterstützungsbereich, weil hier auch ein Tief lag. Und letztendlich haben auch hier unsere Vorfilter tatsächlich hier wieder ganze Arbeit geleistet. Also sehr, sehr präzise Einkaufssignale auch vom Bullpower-Signalfall in die Karte, der jetzt hier wieder schön in die Karten gespielt hat. Und der Euro-USD, der läuft, der marschiert in einer Tour. Das ist unfassbar. Aber wir sind hier bei über 22.000 Dollar alleine mit dem Euro-USD. Also das ist wirklich unfassbar, was hier innerhalb der Trading-Community, Trading-Welt hier tatsächlich passiert ist in den letzten Tagen. Und ich kann an dieser Stelle nur nochmal darauf verweisen, bitte, liebe Leute. Ich muss mir den USD-Cut nochmal angucken. Das ist einfach zu genial. Es ist wirklich ein reinster Augenschmaus. Also bitte sprengt den Daumen von diesem Video. Es waren so viele von euch mit dabei. Die haben die ganze Zeit mitbekommen, was wir hier geteilt haben auf unserem Blog. Das war unfassbar. Und bitte, liebe Leute, checkt den Link in der Videobeschreibung aus. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Mehrwert, wenn ihr euch hier das Trading-Welt-Komplettsystem schnappt. Oder vielleicht hat der ein oder andere ja auch Bock auf ein Privatcoaching mit mir. Tatsächlich habe ich nächste Woche noch einen Termin frei. Also einfach mal die Links in der Videobeschreibung auschecken. Und dann können wir sehen, dass wir gemeinsam euer Trading hier auch auf Höchstform kriegen. Darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Oder darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne, macht es gut. Euer Chris vom Team Trading-Welt.